Hallo miteinander und herzlich willkommen bei einem Japaner-Game Und zwar Yandere Simulator WTF Ich habe keine Ahnung, was in dem Spiel geht Aber so wie es aussieht ist es ein Fucked-Up-Game New-Game Ah, eh What gender is your ideal lover? Mein Lover ist natürlich... Ich bin wahrscheinlich das Meiter Er ist natürlich ein Boy Er ist nackt Und er ist... Oh shit, schau mal diese Pixel an Schau mal diese vier-reckigen Muskeln Die er hat, damn Also er ist natürlich so ein bisschen Braunbrennt, Hairstyle ist er auch Oh Oh Pfff Sein Hairstyle ist so... Ähm Ja so, so da Strubelfrisur Er ist... Er ist recht alt für sein Alter Er... Gibt's... Ja schau mal, er sieht auch nicht mehr so gut Ähm, ja Er ist wirklich ganz so ein alter Sack Er ist 78 und gerade noch an die Schuhe Facial Hair Aha Er ist wirklich ganz alt So Yes Mann Schau dir den Namen Male Uniform Äh So So Und Female Das bin wahrscheinlich ich Ähm Ah Das ist der geilste schwarze Aber ich kann ja schwarze Ich muss ja so ein bisschen brav sein So Ähm So Finish I want to proceed Yes I can't feel anything For as long as I can remember I've never been in a Ja, langweilig Es ist Monday Challenges Knives Oh Back Ja, ja, ja Ich checke nicht was ich machen muss Aber los geht's Yes, bin ich da schon Ah, das ist wahrscheinlich mein Raum PS4 montiert Change Panties Oh Haha Und Rösli Ähm Ich nehme diese Was haben wir da? Senpai Shrine This is the button From Senpais Uniform It's a moment To be together for a Oh This is like Senpais hair It's so soft And Seine Zahnbürste Angefressene Apfel Ich weiß nicht was das ist Ich weiß nicht was das ist Seine Dose die er gesoffen hat Seine Unterhose Das ist ja gar nicht Ja Äh man The fuck Also Schule Town school Ja, aber jetzt ist mal in town Ich muss ein Brötchen kaufen Für die Schule, oder? Mittagessen Wieso sehe ich jetzt wieder anders aus? Ah ja, das Game ist ja noch nicht fertig Oh shit Jetzt steigen wir auf Ähm Ich muss meine beste Kollegin abholen Damn Ich habe ihn fest Scheisse Forward, Reverse, Halb Shit Ja, soper Nein Senpai Hilfe Ja Ah, Zero Up it's good Hä? Oh Okay Es hat funktioniert Also wie hat die Kaisel? Usamani Mami Wie heisst du? Hey Sorry, I can't talk right now Wieso nicht? Kann du mit mir schnurren? Schau, meine Panties Uh Was bist du für eine? Lehrer, oder was? Also Wo ist mein Senpai? Wollt ihr den Xer? Wollt ihr den Xer? Und sie sind da Ninjas an dieser Schule? Also Uh, was ist das? Waffen Katana Eine Schere Ja Merk Das liegt einfach da Kann ich jetzt einfach nicht Was ist das? Ich habe eine Frage Hä? Hä? Expelled? Ich habe gar nichts gemacht Ich bin nur ein bisschen rumgelaufen mit einer Waffe Urschlimm Snap Was ist Snap? Ich snape Geht nicht Checkpoint Hoffentlich war der Checkpoint nicht dort wo ich in der Wand am Stecken gewesen bin Lalalala Schule Bitch Ah, da ist er Da ist er Schau dir den einzigen Alte Sack an dieser Schule Mit dem Matrix Mantel Dort ist er Das ist sein Spint Jetzt Er sollt die Schuhe wechseln Ah, ich habe ihn jetzt von hinten so wager abgestattet Ah, Scheiße Ich bin schwächer, wenn er in der Nähe ist Damn, riesen Brüste Kann ich dich sprechen? Äh Talk Task Ah Ah Huh? Huh? Es ist keiner Ich könnte dir helfen Ja, sicher helfe ich dir Ich könnte dir helfen Ja sicher, das helfe ich dir Yes Bitch, ich gebe dir eine neue Uniform, haha, die ganze neue Uniform, oh shit, ich muss auch noch Schuhe wechseln Sorry zusammen, Girls, Girls Night, ähm, du, ähm, bye, Gossip, Compliment, ey, du siehst schon richtig geil aus Wow, das ist ja so nice für mich, ja schon gut, schon gut Sewing Room, das ist doch Nähe, oder? Yes, jetzt kann ich hier eine neue Uniform schnitzen, what the fuck? What a new topic Oh, scheisse, Satanismus Weiche Abschaum, bye man Okay, then, be gone Ritual knife Was? Ruhe! Pst! Ruhigsi! Ruhigsi! Seid ruhig, seid ruhig Scheisse, ich muss die Tür zu machen Huhuhu! Ich bin durchgedrehen, huhuhu! Oh shit Was muss ich machen? Oh oh Drag Du kommst mit mir Kann ich etwas beschwören? Cooking Club Pfff! Das sind ja alles so emos Sicher den Cooking Club, Mann, das ist gay Bam, bitch Uh, shit Ah, guck mal, der verwandelt sich jetzt Schau, schaut mich noch an Komm mit Hey, nein, will ich runterstehen? Hehehe, wer ist das? Und what the fuck ist mit ihrem Haar los? Bitch Wieder mit riesen Titten Damn, schau mal Damn Attack, bitch Laugh Wann bist du im Schreiben? Dere Mutter? Ruhigsi! By the power of love! Ah, ah! Nooo! The fuck? I'm afraid Look, ich bin immer noch am Zucken, wo ich am Boden li- Snap! Dumm, dumm Erst, äh Der Streber kommt jetzt Ich bin immer noch am Zucken, wo ich am Boden li- Bitches Oh, sagen wir mal Bitchpicks Ich füttle den Senpai, wo ist er? Senpai! Nichts? Komm her Leg da Nein! Nein! Ich wollte seinen Ass fütteln. Geht weg! Senpai Ass! Senden wir ihm das. Jetzt habe ich ein Foto des Senpais im Ass. Ja, sicher! Ist ja gut. Für das lege ich dich nachher um. Oh! Oh! Ah, ich kann so freaky Frisuren haben. Super Saiyajin! Ich hole Super Saiyajin Frisuren. Scheisse, ich mag das nicht von vorne. Warte, jetzt muss ich aufpassen. Daaaamm! So. Ich schwänze jetzt einfach mal die Schuhe. Mein Rocker zeigt meinen Ass. Ist mir egal. So langsam im Senpai gefällt, ist es für ihn recht. Sorry, ich bin zu spät. Ist mir eigentlich egal. Hm. Pfff! 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 Seiss, sorry aber... Ah, scheiss! Ich habe eine Waffe! Pfff! 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 Ah, meine Ohren! Pfff! Das istочnsucht! Probably das Problem, wenn jemand wehree an der Lachen ist. Wir sind in einer Spießer Kuh! Ich wollte noch eins machen. So, da. Lalalalala Ah! Äh! Äh! Äh, Mädels! Ah! Haben wir rausgelacht oder was? What the hell is wrong with you? Get away from me! Ich habe noch gelacht. Ah, shit. Er weiss es. Wie habe ich noch so blöd zu sein? Er weiss es, dass ich fröhlich bin an dieser Speisserschule, wo niemand lacht. Wo keiner glücklich ist. Und ich habe gelacht vor ihm. Wer wird mich lieben? Wer wird mich lieben? Mein Senpai ist weg! Ich habe noch echt gelacht. Fuck! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. What the hell is wrong with you? Get away from me! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr rum. Gott,... Ich kann nicht mehr rum sexflösen von den Traurigen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, wenn ihr gesehen habt, macht keinen Spass mehr im Senpai. Lacht niemals in der Schule, wenn ihr in der Schule seid. Das ist verboten. Wenn ihr lacht in der Schule seid, seid ihr Psychopathen. Das weiss jeder. Aber, danke fürs Zuschauen. Und, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es heisst... Ja. Danke fürs Einschalten, und bis zum nächsten Video wieder. Tschüssi! Tschüssi!